Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur einer weiteren Folge Road to Diamond. Heute ganz kurz ein bisschen mehr Info und zwar haben wir eine kleine Problematik mit der Aufnahmesession gehabt letzte Woche und dementsprechend wird nach dem Video eine etwas längere Pause sein von ein paar Tagen, bis das nächste Road to Diamond Video kommt. In der Zwischenzeit können die Leute, die vielleicht die ersten Folgen oder ein paar Folgen zwischendrin verpasst haben, sich die Folgen gerne nochmal anschauen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr einfach auf die Playlist draufklicken oder guckt euch einfach die erste Staffel Road to Diamond an. Ist glaube ich auch ganz entspannt. Und ansonsten noch eine kleine Nebeninfo wegen dem letzten Video, da ging es ja so ein bisschen um Cheater und Streamsniper. Ich möchte dazu ganz kurz noch eine Sache sagen. Ich werde jetzt für die Zukunft meinen Stream einfach auslassen bei Road to Diamond und werde das Ganze Off-Stream aufnehmen. So ist das Ganze ein bisschen exklusiver und ich nehme ein bisschen den Druck raus, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht der andere oder die Gegner halt den Stream anhaben. Ich möchte mich an der Stelle auch entschuldigen, falls ich irgendjemanden da, ich sag mal, als Streamsniper betitelt habe und der es dann im Endeffekt nicht war. Aber man muss einfach dazu sagen, dass ich jetzt seit vier Jahren Rainbow Six Siege streame und ich halt da sehr, sehr oft mitbekomme, dass Leute halt meinen Stream anmachen. In dem Moment muss ich sehen, dass ich dabei bin, Dalukat dabei ist, Earlyboy dabei ist oder, oder, oder. Die Leute sich halt einfach so versuchen, den Vorteil zu verschaffen. Das versuche ich jetzt aber einfach bei dem Series Road to Diamond einfach auszuhebeln, indem ich meinen Stream auslasse und dann ist alles cool. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der nächsten Folge Road to Diamond auf der Map Oregon. Nächstes Match, Road to Diamond, Oregon mal wieder. Letztes Match noch mal gewonnen, wenn ihr mehr sehen wollt und in der Playlist findet ihr wie immer die Playlist und in der Beschreibung findet ihr die Playlist. Zu den letzten Matches. Schild hat mich, kannst du hier durch die Wand schießen? Wo, wo, wo kommen die von hinten? Unten durch diesen Tunnel. Wo schmuck ein Schild rein, zwei Schlitten mindestens. Bitte schon. Ja, da ist noch was. Macht Stress. Hey, Junge, das ist so scheiße. Ich halte zuerst meine Beine. Twitch ist auch noch hinten. Aber die Verkleinung sind direkt hier B. Ganz dreist. Ich hab doch das tot. Dreist. Das ist, glaube ich, eins. Ja. Umänder rechts. Opt four, last operator standing. Lass ihn planen. Twitch, glaube ich. Ja. Nice, Ika. Schön. Sehr schön. 4K. Gut gespielt, Digga. Ja, aber es ist schwierig, da drüber zu werfen, ey. Das ist so eine enge Lücke. So eine enge Spalte treffen nicht viele. Da musst du schon ein bisschen gelernt sein. Der Dalukant kann ihn da mehr drüber erzählen. Ja, das ist für ein Händler. Ja, der Daluk hat immer an der Edge, Leute. Ja, das ist für ein Händler. Ja, der Daluk hat immer an der Edge. Ich glaube, du weißt, dass das Fenster offen ist? Ja. Hab ich auch gemacht. Na dann? Ist ja gut. Zwei Camps in der Zeit. Der IQ, Ash. Komm, schau raus. Ich schau mal nach links. Eber nach da. Eber nach da. Eber nach da. Das ist ein Laserpointer am großen Fenster. Komm, Ika, mach mal Jalla. Äh, Städt. Ja. Äh, Städt. Schimpf. Mann, ich wollte eigentlich schon... Ist da noch was Balcony? Abba, I'm has been located by Arpoor. Wollte es auf dem Dach, oder? Da kann man durchschießen los. Ach, Captain America? Warte mal, den kennst du. Ne. Du ist gar nicht davon. Kann man durchschießen? Ja, moin. Ist da was vom Master? Einer Inside. Ich glaube schon, ich glaube schon. Er ist schon Inside. Die Kuh kommt, man legt sich nicht mehr. Oh, mein Gott. Rechte Seite. Meiner repellt noch Kids. Der ist schon dead. Ja, ja. Ah, Connector. Drin, 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 drin. Genitor. Genitor. Alter, ist doch ein Master. IQ, am Mag. Such dir jetzt erstmal die Cam. Hat die Cam. Oh, das wird aber ein... Oh, ich glaube, der wird auf mich schießen. Oh, Rippe. Wiege ich denn noch mal schon, oder? Einer geht Big Tower hoch. Big Tower. Ich hab die Cam da. Hier geht einer, keiner geht Small Tower hoch. Der Pika nicht noch mal. Einer ist auf dem Dach, auf dem Dach. Naja. Nein. Ich hab ihn getroffen, doch. Einer, ich hab ihn nicht. Eine White Steps. Und ich glaube, ich hab ihn nicht kassiert. White Steps oben. Bier bei. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Einer ist auf dem, ähm, Dingens. Auf dem, ähm, fuck. Er ist die Scheiße hier. Etik. Einer kann ihn holen. Einer kommt das Window ab? Genau, einer kommt das Window. Oh, Junge. Junge, das gibt's doch gar nicht, ey. Aus zwei Richtungen wurde ich gepre-filed. Äh, äh, Sophia ist Low. Sophia ist Low am Window auf dem Hallway. Nordseite. Und einer ist Südseite am Window. Einer ist am, äh, an dem Window. Geht runter. Ist unten, sucht die, ne, aimt die Windows ab. Oh, Mark, sucht die Cam. Spring nicht raus, spring nicht raus. Nee, nicht raus. Ja, ja, nice. Die Füße hat auch, die Füße hat auch. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Über die Ecke. Der kennt gar nichts. Das ist einer, der ist jetzt draußen, ne? Ja, ja, der ist jetzt draußen. Die Ash war, äh, auf dem Hallway. Hier, die, push die einfach, push die einfach. Die rechts von mir? Pushen. Ey. Ey, die ist halt in die Cam gegangen, deswegen wäre es halt geil gewesen, wenn du sie pusht. Sag das so. Ja, wenn ich sage, die geht in die Cam, push die. Achso, das habe ich nicht gehört. Moment, dass sie in die Cam geht, habe ich auch nicht gehört. Habe ich ja nicht gesagt. Nur push die, push die, push die. Okay. Habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, push sie. Hey, Digga. Was soll ich sagen, dass sie in die Cam geht? Ja. Ja, aber dann sage ich, die geht in die Cam, push sie. Das dauert doch viel länger, als zu sagen, push sie. Ja, aber ein normaler Denkender Mensch rennt ja einfach nicht los, außer er ist halt irgendwie Keto, der die ganze Zeit erst spielt. Ja, aber so, wenn ich mit dem Team spiele und mir gibt jemand so einen Call, dann würde ich los. Ja, aber du hast auch schon mal gesagt, dass einer im Karten war. Ja, gut, ja, sie ist auch fehlkreis. Vertrauen muss ja da sein. Vertraust du mir, wenn ich was calle? Dir? Ja, das Problem ist halt, Dalu spricht von den Fail Calls, ja? Bei dir ist es aber eher die Frage, ob du noch mal normale Calls gibst. Aber ich vertraue dir trotzdem. Deswegen sterbe ich ja immer so oft. Ja, siehst du? Dalu Cut vertraut dir halt nicht und ist aufgestorben. Ja, genau. Ja, kennst du den Fehler? Ja, okay, Konzentration, guys. Komm mal. Der Raikou ist einfach der Maschine. Du weißt einfach immer, wo ich steck. Ekel, mach doch mal was. Ich hab mir draus geschmissen, aufpassen. Oh, ich, auf jeden Fall, oh, ich ist offen. Ja. Wird nicht auf Small Tower, irgendwo. Ja, stimmt. Ich hab mir schon mal dauernd. Hast du die Valkyrie-Camp? Bitte, bitte, dass irgendwo Schau ist oder so. Sehr schön. Ist die im Keller? Ja. das geht durch rechts Rechts Ah, das sind schon Hier bei mir hinten Nein, ja, schön Nein Oh Mann, ich hab die Fahrt noch geklaut Guck da Der liegt da Ich kann auch nicht Also könnte sein, dass Mosi geklaut hat Ich weiß auch nicht von wem Einer geht zum Halltower Ist der Doc Wo wurde der aufgemacht? Das Hünder war da aufgeschossen Da Für Stairs schießt der runter Ja Master ist klar Ist das hier so eine Sache, wo man eigentlich reinwerfelt, oder? Mosi, Master Wir haben Eddie Greenforst Jo, alles klar Jo, alles klar Der Raikou ist einfach ein Gott in dem Spielen Keine Ahnung Also der Mosi, der war auf Masterbatchroom, der hat eine Drohne Oh, hier ist auch ein Doc ist zwischen den beiden Mündos Und Kids Der macht jetzt den Sprengplan Warte mal, wollte ich durchzulösen Warum hat der zu mir geschaut? Ja Ist der Virtual? Na, ja! Du schießt, du schießt wie ein Vollidiot da in Kitchen rum und er denkt sich, ja ich schaue ins White Hallway Heller Ja Aufpassen, Mosi Nicht in die Main Entrance reinfahren Ja, lass mal alles noch ein Backstack weg machen Was? Lass mal von hinten ran Alle umspawnen Construction Site Ja, ne hier Proceed to Bomb location and defuse it Cover me! Reloading! Bist du alleine unten gekommen? Ja, merke ich kaum Ja, kein Push, kein Push Ja, der Viring müsste eigentlich mehr damit Bin anderways Re-Runde Re-Zoom Stairs Ja, jetzt da nicht von Auskliere Boiler Room clear Boiler Room, kleines Loch Ja, ich schaue Harry Potter einsteig Harry Potter ist wegrotiert Reloading! Keller oder was? Einer rechts unterm Hedge Unterm Howay Hedge Hat ne Burgard geworfen Und dort? Das ist so unglaublich Als ob seine anderen auch nur so ein Glück haben Wenn die Mosi ist drüben bei Master Oh mein Gott Ja, dann der Cam und der Schieße durch Nicht, da nicht Hat er denn der Vorbeschuss? Einer rechts Ich kenne zwei von denen übel lange schon, aber es ist einfach komisch, der Ker Fühlt sich einfach nicht normal an Das war's doch heute Ich glaub war genau ausgeglichen Sieg und Niederlage Hä? Haben wir 0-0? Wir haben einmal mehr Wir haben einmal öfter verloren Ich muss grad sagen, ich bin Platz 3 Ich bin mit Platz 2 gestartet Also wir müssen einmal mehr verloren haben Wir müssen einmal mehr verloren haben 3 verloren